Hallo. Komm. Willkommen. Sag mal was, Jimmy. Ja, waschen guten Tag. Wo du gerade bist. Ich bin gerade bei Penny und wir suchen gerade Sachen für das Video heute. Teuer versus billige Sachen. Ja, ich such grad Dinge. Ja, eigentlich mein ich. Und ja, ich such grad Dinge. Auf jeden Fall, lass uns mal ein Video überraschen. Wir werden jetzt zum Beispiel, also zum Beispiel Video, echte Nutella gegen billige Nutella testen, was besser ist. Also wir haben die Augen sozusagen verbunden. Und wir müssen erraten, was billig und was teuer ist. Und ich als Schmeckgenie, wie jeder weiß. Cola-Videos. Frank? Nein. Nina! Ey, Ticker! Was hast du da? Du wiffst nicht, ich hab kein Geräusch. Was hast du denn jetzt da geholt? Das sind aber die verkehrten, die da unten will ich gerne haben. Ähm. Die da. Welch? Die? Von hinten. Die da unten ist, die da unten ist. Das ist schwierig. Die XXL. Alle unten ist XXL. Haben die jetzt hier die Baguettes? Was ist das denn? Was ist das? Ich weiß. Was ist das? Wir kaufen heute teuer, wird's billiger. Zum Beispiel Nutella. Also wir kaufen jetzt original Nutella und wir kaufen einen billigen Nutella. Und dann haben wir noch die Augen verbunden und wir müssen erraten, was original und was billig schmeckt. Das sind jetzt die Hähnchenteile, oder? Ja. Product placement. Okay. 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 Okay.